Musik 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 Mit den Worten der bedingungslosen Liebe spreche ich zu dir. Und mit den Tönen des himmlischen Grußes sende ich dir die bedingungslose Liebe. O Martha Sand, ich bin Engel Schamuil, ich bin der Engel der Herzen und der Liebe. Und so wurde ich gerufen, um in dir, in tiefster Liebe zu arbeiten. Bitte, so fließt mit jedem Wort, was ich zu dir spreche, die Energie der Wirklichkeit zu dir an. Fühle, wie dich diese Energie trägt und mache es dir so bequem wie möglich. Ich werde dich, denn ich werde mit dir eine Reise zu deinem wahren Selbst unternehmen. Ich werde dich ganz tief mit dir selbst verbinden und dich fühlen lassen, welch ein herrliches Licht du doch bist. So bereite dich also vor auf diese Reise, indem du das Licht der Liebe einatmest. Und mit diesem Licht deine göttliche Flamme nährst. Mit jedem Atemzug deine Flamme etwas größer werden lässt. Spüre dein göttliches Feuer in dir. Die Worte der Liebe heizen dein Feuer an. Und du fühlst die Wärme, welche dein inneres Feuer ausstrahlt. Und nun, mein allerliebster Mensch, möchte ich dich einladen, dich selbst zu besuchen. Mit einem tiefen Atemzug zeigst du mir deine Absicht und schon öffnet sich dein Seelen und du darfst dich jetzt ganz intensiv spüren. Vielleicht kannst du dich wahrnehmen, in deiner Größe, in deiner Erscheinung, so wie du bist. Denn das, was du wahrnimmst, das ist dein Lichtgestalt. Und deine Lichtgestalt trägt keine dualen Energien. Und wenn du dich ganz tief fallen lässt, spürst du vielleicht die Strahlkraft deiner Seele in dir aufleucht. Und wenn du dich auf diese Strahlkraft konzentrierst, dann spürst du, wie viel Kraft doch in dir steckt. Und wenn du noch ein wenig weiter oder tiefer dich fallen lässt, dann fühlst du, wie machtvoll du bist. Und vielleicht erhältst du auch ein Bild von deiner Schönheit. Denn es ist die Schönheit deiner Seele, welche deine Kraft und Macht zum Strahlen bringt. Und es ist die Schönheit deiner Seele, welche dein inneres Feuer nähert. Es ist die Schönheit, die Reinheit, welche das Feuer zu einer großen Flamme heranwachsen lässt. Und diese Flamme sprüht in den Funken der bedingungslosen Liebe, der bedingungslosen Liebe, welche du selbst bist. Fühle, wie deine Seele sich entspannt und fühle, wie es dir immer leichter wird, wie du in der Wirklichkeit mit dem Atem Gottes schwingst. Und spüre noch einmal deine Kraft und auch dein Vertrauen, welches in deiner Seele aufbewahrt wird. All das, was du jetzt spürst, ist dein wahres Selbst. Dein wahres Selbst, was im Innersten deiner Seele für dich da ist. Es ist der Moment, an welchem du Kraft schütteln kannst. Es ist der Moment, an welchem du alles mitnehmen kannst. Was du in deinem alltäglichen Leben benötigst. So bitte ich dich, das jetzt mitzunehmen, was du dir am allermeisten von dir wüsst. Sei es Sicherheit, sei es Kraft, sei es Selbstbewusstsein oder Wissen, sei es Vertrauen oder Liebe. Dein wahres Selbst besitzt all dies. Hole dir die Geschenke in dein Jetzt Leben. Lasse dich bereichern von all dem, was schon längst zu dir gehört. Jetzt ist der Moment, wo du darauf Zugriff hast. Es ist die Fülle deiner Fähigkeit. Und es ist das Selbstvertrauen, dass du, so wie du bist, gut und richtig bist. All diese Energie fließen in diesem Moment zu dir. Öffne deine Zellen, damit sie sich in dir verankern können. Und wenn du magst, darfst du deinen goldenen Engen rufen, damit er dich, so wie du jetzt bist, segnet. Es umgibt dich liebevolle, nichtvolle Energie. Diese Energie wird dich begleiten, wenn du nachher dein alltägliches Leben weiterlebst. Es ist ein kleiner Unterschied, den du weißt in deinem Herzen, was alles in dir ruft und welch ein wunderbares Licht du bist. So verneige ich mich vor dir, denn ich sehe, meine Aufgabe wurde erfüllt. Ich sehe deine Seele leuchten und deine Augen strahlen. So spreche ich die Worte des Dankes zum Abschied mit An-Anascha. Ich sehe meine Frage. Du bist du nicht so schwer. Das war dasial, wenn du jetzt nicht so schwer. Ich sehe dich, meine Kopfschmerzen, wenn du nicht so schwer. Ich sehe mich nicht so schwer. Du bist du nicht so schwer. Du bist es zu dir. Wir sind schmiede. Ich sehe dich, meine Angst. Ich sehe dich, meine Angst. Du bist du nicht so schwer. Ich höre dir, was ihr mit viele Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020